Wir sind eben nicht nur außenpolitisch unterwegs. Hä? Millionen Menschen werden gnadenlos aus ihrem Heimat, aus ihren Häusern, das sagte ich zu begründ, gerade als Partner in einem Bündnis. Aber unsere Aufgabe ist dazu, dafür zu sorgen, wenn Unrecht geschieht, sich darauf berufen können. Jeden Tag. Aber wie gesagt, ich glaube, es sind keine Zeiten, wo man nicht ein offenes Ort findet.